Wer von euch lebt mit mir hinterm Mond? Ich habe noch nie Snickers-Datteln gegessen, die sind so lecker. Ihr müsst Schokolade schmelzen, füllt dann die Datteln mit Nervennussbutter und eine Pekanuss. Dann machen wir dann eine Ladung Schoko drüber. Naschen geht immer. 20 Minuten in den Freezer und fertig. Lecker!